Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten MeinStyle SpeechNight hier in Gmunden. Ja, das war die zweite SpeechNight da im Haus Salzkammergut in Gmunden, veranstaltet von der MeinStyle Academy. Es war ein toller Abend, tolle Speaker, tolle Themen, ein inspirierender Abend und ich denke mir, ganz viele Menschen haben sich ganz viel mitnehmen können. Also ich bin ohne Erwartung dahergekommen und das, was mich dann da erwartet hat, das war sensationell. Also jeder einzelne Sprecher für sich absoluter Wahnsinn, kann ich nur mal sagen. Es war ein sehr, sehr cooler Abend, coole Persönlichkeiten, coole Speeches, also sehr zu empfehlen. Für mich war der Abend eine ganz besondere Freude, weil ich als Speakerin aus Deutschland hier sein durfte und wir haben gelacht, wir haben gefühlt miteinander, wir haben eine Traumreise gemacht. Also es war alles dabei. Jetzt rede ich selber über mein Thema, ja, über Sexualität, über Spiritualität, über Ängste überwinden. Aber ich weiß immer noch, ich habe nicht ausgehört. Es gibt so viele Menschen, die ich heute erleben habe dürfen, die nur einmal andere Aspekte in das Thema eingebracht haben. Was ich von dem Abend mitnehme ist, sei entschlossen, sei anders und bleib immer bei dir selbst. Erweitern fürs Bewusstsein und nochmal fürs Mindset, damit man weiß, wie sollte man eigentlich sein Leben leben. Was ich gerade total genieße ist, dass hier total schöner Austausch ist und wirklich ein Miteinander, das ganz auf ehrlichem Interesse beruht und was einfach ganz, ganz wunderschön ist. Was für mich den Abend total perfekt macht. Ich freue mich ganz persönlich auch nächstes Jahr auf die nächste Main Street Speechline. Vertraut so auf, das ist was für euch dabei. Beim nächsten Mal bin ich definitiv wieder dabei. Danke euch nochmal, dass jeder Einzelne hier heute da war. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.